Hallo? Hallo? Ist er zu Hause? Nein? Gut, ich auch nicht. Das Sun Swarms, ok? Tschüss Kevin. Tschüss. Äh, da. Zack, zack. Du musst einfach nur einen heransetzen und zack. Das macht Ultraschaden. Ähm. Flammenwerfer hat halt echt gereich, warte. Deswegen. Meiner Güte. Was machen die Säure-Dinger? Wie Flammenwerfer. Tödlich. Achte auf seinen Schwanz, Kammerjäger. Naja, macht so eure coolen. Also so eine Mischung aus Flammenwerfer und Elektro. Sosa, den kann ich verbinden, das. Achja, die Skaleons. Zwei unterschiedliche Formen haben. Oh Gott, die geht doch weg. Skaleon knicht. Kọiig. W ist das so passiert. Party-Zeit, Death-Trap. Wtf. Ich hatte gerade so'n cena. Ja, das hat der Death-Trap gemacht. Wtf? Ja. Schon wieder? Okay, das war... WTF? Ich höre jetzt nichts. Ich höre der Temmitage... Temmitage... Jetzt wollen wir den Deathstroke vielleicht feuern. Schon wieder. Geht gerade richtig schnell. Äh, okay. Weißt du wo er jetzt kommt? Nein. Machen wir das Spiel also. Mute das mal kurz oder so. Vielleicht kommt es ja da raus. Ja. Hm. Sag mal, was für ein Geräusch ist. Ist wie so ein Störgeräusch, so... Hm. Hol mal Death Trap, bitte. Und? Gerade nicht. Das ist schon seltsam. Juhu! Da ist der Temmitage. Ja, erstklassige Leistung. Moment, ihr Typen wollt einfach bloß jagen gehen? Interessiert euch überhaupt nicht, wieso ich diese Wilden herumkommandieren kann? Zu ihnen kommen. Zu ihnen kommen wir noch, Sir. Ich habe meinem Gefährten hier ein vergnügliches Jagdwochenende versprochen. Und ein Gentleman hält sein Wort. Was? Ach kommt! Wollt ihr jetzt wohl gegen mich kämpfen? Bitte! Kammerjäger, es scheint, wir kriegen keine Ruhe, solange dieser Nakayama uns damit nervt, dass wir ihn bekämpfen sollen. Ich habe einige bizarre Funksprüche von jenseits des Sillas Grove abgehört. Ich fürchte, du musst dorthin irgendwelche schrecklichen Pläne Nakayamas unterbinden und die Welt retten. Wieder einmal. Sehr gut. Ja? Gut? Genau das wollte ich. Ihr... Ihr werdet es nicht bereuen. Ist mein Typ Bibi jetzt so leise geworden? Wieso? Das hört sich viel leiser an. Dann mach's lauter. Ich habe meine Einstellung so wie immer. Jetzt höre ich das spät zum Beispiel nicht, obwohl ich ganz leise... Okay. Ähm... Du hast dein Glasmod geändert. Oh. Jetzt weiß ich was. Ich habe irgendwo aufgesammelt, jetzt weiß ich auch was ich aufgesammelt habe. Danke. Ich erfange Funksignale. Klingt als würden Nakayamas wilde irgendein Ritual feiern. Viel Singsang und so. Sieh dich vor. Waffen. Wundervolle Waffen. Wir sind alle bekloppt. Ich bin bekloppt. Du bist bekloppt. An endigen Kitten. Ah. Bis bald. Ich denke ich. Naja. Es hättest ja das nicht weiter kaputt gegangen. Ich rede mit Munition. Oh cool. Ich hab sie. Du hast du irgendwas neben deinem Mikro in der Nähe liegen? Nein. Ich bin unschuldig. Definitiv. Aber es kann sein, dass das noch von mir kam. Ich weiß es nicht. Du und Jack, ihr war Todfeinde. Und jetzt, da wir gegeneinander kämpfen, ist es so, als wäre ich selbst so gut wie Handsome Jack. Oh, das ist ein Trinon. Hier müssen wir jetzt... Aber ich könnte mal was kontrollieren. Dafür müsstest du... Müssen wir mal kurz hier anhalten. Naja. Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik Untertitelung des ZDF, 2020